Musik 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 Leute Ich geh da mal durch ne Musik 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 Boah, was zur Hölle bist du für einer, als die gibt's für die rote Wache Wow Ich hab nur ein kleiner Wichter oben, du gehst mir grad voll ziemlich auf die Nüsse ne Ich hab ein kleiner Wache Ich hab hier noch nie Ja, ich hab hier gesagt Boah Wollen wir Du kleiner, böser Feuerspucke Aber wenigstens für das haben wir Jetzt können wir es mal benutzen Oh, zack! Boah, mit einem Schlag! Boah, mit einem Schlag! Boah! Neue Attacke auspacken, jetzt hat es unfair! ok ich schaff grad mal eine reihe von dem hohlymoly ok ist ja nur ein optionaler boss ich hab grad irgendwie keinen bock auf den aber es hat richtig keinen bock alter weil er mir auf den sack geht und sauviel abzieht wir haben jetzt den ganzen scheiß gemacht ich würd's jetzt gern beenden der scheißkerl hat zwei leisten wir können auch einfach reißen oder geht es eingangs zum verlassenen verließ richtige orte im aruder tempel scheiße da hätt man die ganze zeit schneller zum inneren heiligtum kommen können naja ich muss schon da unten entlang scheiße komm ich glaub ich auf jeden fall einfacher hin ach die sollen sich doch alle miteinander prügeln und rumschlagen mir ist doch das egal au alles hier unten entlang ne das ist dann bloß wo ich vom wasser hochkomme denn ist hier sind hier sind und 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 Ja, aber da war doch der Lila Rauch. Ja. Nervier nicht, Robert. Wow. So, ich stirb einfach. Genau, als Maul. Hier ist er auch. Ja, und jetzt? Mehr rauch ist er, ne? Oh, das ist voll alles rauch. Ah, schaut mal. Die haben die ganzen Dächer da weggerissen, damit wir da nicht drüber kommen. Scheiße, wir müssen den Typen machen, kann das sein? Ja. 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 hey da ist er hier gehört zur verstärkung oder bitte das umland der burg diese verdammten ministeriumstruppen sie sind im schlangen tal und haben eine brücke hochgezogen bitte für ich würde gerne runter ach ja da oben ist ja die statue ja aktivieren das sind die halt auch ständig deaktivieren die arschgeigen ach die verstecken es sich da oder was auch Alter! Das war's für heute. Und tschüss Die könnte ich alle umbringen, wenn ich wollte Aber die kämpfen ja nicht mehr und es wäre sinnlos Oh Das sind zwei von denen Ich gehe wieder Wollen wir der eine kommen? Ach scheiße Boah wie leicht Viel Spaß Hey du solltest dich nicht ablenken lassen Oh Oh Ja ja komm 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 Wahrscheinlich habe ich nicht gut genug aufgepasst aber mich würde mal interessieren warum das Ministerium eigentlich den Warum das Ministerium den so auf den Sack geht Okay Und wir sind auf Stufe 6 Wir könnten jetzt halt Entweder diese Spezialtechnik freischalten Oder unsere Stärke um 1 hoch machen Soll der Drachen irgendwo sein? Äh Äh Der andere da komm ich ja nicht mehr ne Schade 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 Warte mal das nimmt noch auf das sollte ich vielleicht mal nachschauen Ja Ich-jaah es nimmt nur auf Ja es nimmt nur auf ME 총 Dämlicher Wichser Die heulen hier überall rum Die greifen aber auch ums Verreckende an Ich würde gerne runterspringen Aber das kann ich vergessen Also gut, hier haben wir ja alles Fragen wir Oh Bin ich hier hier rumgeschwommen? Ja doch, Piggi Ihr alle, aber niemand setzt da so gut Was sind da eigentlich nochmal welche? Da muss ich denn jetzt hier die Affen schon wieder Alter, was? Ich zieh die ab Ja, Problem mit Feuerwerker Dämlichen kleinen Missgeburt Weiße Affen Was ist die Hölle? Was ist hier los? Warum kämpfen wir sogar die Affen? Warum kämpfen wir sogar die Affen? Warum kämpfen wir sogar die Affen? Was ist die Hölle? Aber jetzt ist die Hölle ja klar super alles kämpft gegeneinander weiße Affen gegen braune Affen rote Typen gegen andere Typen wobei das Ministerium schon hart ausgerüstet ist mit so Flammenzeugen und dem ganzen Scheiß hr 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 Das war's für heute. Ah, du willst mich gerade verarschen, oder? Das war's für heute. Das war's für heute. Der hat im Tal der Schlange eine Brücke gezogen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil ich habe ja oben jetzt eh das dann hier rasten. Ich weiß, ich wollte zum letzten gehen, aber das interessiert mich jetzt dann doch irgendwie. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kann man mal einer verraten, was hier abgeht? Äh, aua? Ich weiß, das ist kein richtiger Weg jetzt eigentlich, was ich schauen wollte, aber... Aber jetzt interessiert mich irgendwie die anderen Seiten auch noch. Auf Kanonenfestung könnte ich auch nochmal schauen. Ich weiß, das ist ein bisschen... 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!